Ich mache Politik für den ländlichen Raum. Mir ist es wichtig, dass wir Zukunftsperspektiven für ein Leben auf dem Land schaffen. Und dazu ist wichtig, dass wir eine vernünftige Verkehrsinfrastruktur haben, um Mobilität zu ermöglichen. Wir brauchen schnelles Internet, am besten Gigabit-Anschlüsse bis in jedes Haus. Wir brauchen ein Mobilfunknetz ohne Löcher auf dem Land und wir brauchen eine vernünftige ärztliche Versorgung. Ich bin gelernter Jurist. Seit zwölf Jahren vertrete ich allerdings meinen Wahlkreis im Deutschen Bundestag und mich treibt an zu gestalten. Ich möchte Rahmenbedingungen schaffen, die den Menschen weiterhelfen, die Unternehmen weiterhelfen. Dafür setze ich mich ein. Die CDU ist die Volkspartei der Mitte. Und als Volkspartei gelingt es uns, verschiedene Auffassungen in der Gesellschaft unter einen Hut zu bringen und zu vermitteln. Deshalb CDU.